Ich seh alle haben was zum putzen dabei, wenn nicht liegen hier noch ein paar Sachen rum. Korruption in Station! Korruption in Station! In Kärnten muss dringend sauber gemacht werden, aber auch in anderen Bundesländern. Ich halte das für eine realistische Chance. Wir haben über 50 Leute gehabt, die mit Wischmops und Besen und sonstigen Putzgeräten die Korruption hier symbolisch aufgewischt haben vor dem Bundeskanzleramt mitten in Wien. Und wir haben gerade die Petition an den Manfred Matzka, Leiter der Präsidialsektion, im Bundeskanzleramt übergeben. Und Herr Matzka hat uns versprochen, dass er diese Petition weiterleitet an die Bundesregierung, welche diese schon nächste Woche höchstwahrscheinlich im Ministerrat besprechen wird. Es war also ein voller Erfolg. Da hat man das Gefühl, dass die Energie, die hier reingegangen ist, auch was bringt. Und das finde ich toll. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!